Seit dem Tod seiner Mutter ist Michi auf der Suche nach seinem Vater, den er nie kennengelernt hat, bis er diesen Brief entdeckt. Zum Lamprecht. Die Zeit ist ja immer beim Rudern. Aber der Vater, den er findet, ist überhaupt nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Aber da kommt echt noch ein bisschen mehr Zug rein zum Schluss. Oder sonst, sag doch mal. Ganz ehrlich, deine Mutter hat mir kein Wort erzählt. Sie war meine große Liebe. Und eines Tages war sie verschwunden. Coole Jacke. Voll der Checker. Das ist doch Hausmeister. Hast du wirklich geglaubt, dass ich dich meinen neuen Freunden vorstellen kann? Sagst du, ich will, dass die mich auch noch fertig machen? Hör mal, wer der Kopf leitet. Dann ist doch mal vor. Also, mich, Zwerg, Zwerg, Michi. Ihr dürft euch jetzt küssen. Ich bin echt neugierig, wie du sofort allein bist. Das ist wie bei Schneewittchen. Guck mal, das ist ein Kinderklo. Schau dir mal die Puppenküche an. Wer hat euch hier reingelassen? Du wirst jetzt jedes Mal davonlaufen, wenn das mit deinem Vater aufliegt. Da kommst du ziemlich viel rum. Wenn du merkst, dass du großer bist, bist du wie dein Papa. Dann bist du erwachsen. Ja, ich will ja jetzt noch nicht erwachsen sein. Du musst an deinem Gang erwarten. Du watschst wie eine Ente. Quark, Quark, Quark. Hände in die Taschen und dann so. Ziemlich cool. Und los. Manchmal im Leben passiert dir etwas wirklich Großes. Bist du bereit? Auf Augenhöhe. Los, rüber! Guten Tag. Könnte das sein, dass... Entschuldigung, ich dachte... Am 14. September im Kino. Am 14. September im Kink基GH V O Bob. Am 21. September im Kino. 怎麼辦 am espj. Untertitelung des ZDF, 2020